ja hallo hier ist wieder Claire heute mit einer von euren fragen und zwar zum thema kristallsehen wie macht man das wie muss man sich das vorstellen und die frage war auch ganz speziell sind glaskugeln besser oder kristallglaskugeln die werden meistens unter diesem namen verkauft oder eben kristallkugeln aus bergkristall oder auch aus anderen edelsteinen da gibt es ja verschiedene angebote ich hatte schon ein bisschen dazu geschrieben jetzt machen wir noch mal schleichwerbung hier und zwar in die magie der hexen in meinem buch so saß von ubooks aus mittlerweile ist es überarbeitet bei heine noch mal rausgekommen diesem hübschen baum vorne drauf also da findet ihr noch mehr infos zum thema an und für sich hat jedes so seine vorzüge es kommt darauf an ja die große kristallkugel ist natürlich so das klassische was man kennt ja das ist aus film und fernsehen hat aber manchmal auch so ein bisschen diesen jahrmarkt schauen dass leute dann so denken wie soll das überhaupt gehen ist das nicht nur so dass sich da jemand was ausdenken dann erzählt weil sie es selber einfach nicht so vorstellen können ja wenn man noch keine erfahrung damit hat dann ist das natürlich schwierig ja das ist also der klassiker sozusagen hier ist mal eine aus bergkristall die ist dann sieht ein bisschen anders aus das ist dann das naturmaterial ich persönlich bevorzuge das naturmaterial ganz klar das hat auch praktische gründe diese vielen einschlüsse die hier drin sind machen es bedeutend leichter dass man sich versenkt dass man so ruhig und still und aufnahmefähig wird für mich jedenfalls ist es so als wenn ich hier in diese kugel gucke und ihr seht es ja schon auch am bild man hat immer die reflektion der umgebung drin wobei ich generell auch sagen würde ist es ganz gut wenn man den raum ein bisschen abdunkelt indem man arbeitet jetzt nicht für irgendeine mystik oder ähnliches sondern einfach dass man ja so dass die inneren bilder leichter aufsteigen können ja weil von der sache her kann man das kristall sehen am ehesten mit schamanischen reisen vergleichen von der sache her ja viele denken dann ja so es muss irgendwie wie im fernsehen sein dass man da so eine art film in der kugel sieht oder ein bilder quasi entgegen kommen aus dem kristall aber eigentlich ist es mehr eine versenkungshilfe eine meditationshilfe könnte man sagen mit der man in sich geht und innere bilder aufsteigen lässt ja also ich hatte es auch mal mit einer kundin die auch sich selber mit schamanischen reisen befasst hat und wir hatten dann dasselbe bild also ich habe ihr ein bild beschrieben dass ich für sie in der kugel gesehen habe und sie meinte so genau das habe ich in der schamanischen reise selber schon gesehen und dann merkt man so okay das ist also diese ebene so kann man sich vorstellen es ist sicherlich nicht wie im film oder wie im fernsehen das ja ist natürlich immer so aber klar ich meine auch in magischen dingen haben fernsehgeschichten genauso viel mit der realität zu tun wie sagen wir mal bei krankenhausserien oder wie bei krimiserien oder ähnlichem das ist ja alles nicht wie im echten leben sondern da ist eine bühne da sollen dort unterhalten werden irgendwo und das ist natürlich ein bisschen was anderes also von der sache her ist die kristallkugel nicht selber das große magische ding sozusagen sondern sie ist eine konzentrationshilfe sie hilft dir dabei ruhig zu werden in dich zu gehen und die inneren bilder aufsteigen zu lassen und das kann durchaus unterschiedlich passieren manche leute sehen wirklich wie so eine art film andere sehen eher so szenen wieder andere haben diese inneren bilder die brauchen die kugel quasi nur als einstieg das ist ganz unterschiedlich und daher würde ich sagen am besten probiert man es selber und was unerlässlich ist das ist geduld ganz klar das gehört nun wirklich nicht zu den orakelmethoden die du heute oder morgen ganz schnell 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 im schnellverfahren quasi da erlernen kannst das braucht seine zeit und das ist auch gut so weil da wächst man so mit der zeit rein und das entwickelt sich und ja so soll es ja auch sein auf der anderen seite sollte man es aber auch nicht zu verkopft machen es gibt ja dann auch bücher teilweise wo das wie so eine art schritt für schritt kurs quasi erklärt wird das ist auch ein bisschen fragwürdig in meinen anfängen habe ich mich damit auch versucht und es war immer so ein bisschen künstlich ich bin persönlich damit nicht viel weiter gekommen mir hat dieser nennen wir es mal schamanistische es ist ja nicht schamanisch in dem sinne aber dieser leicht schamanistische ansatz doch mehr geholfen dass man es einfach für innere bilder nimmt so ähnlich wie eine schamanische reise nur mit hilfe des kristalls es gibt ja auch viele schamanen rund um die welt die mit speziell auch bergkristallen arbeiten mit kristallspitzen und so gesehen hat man da letztendlich so einen alten wissensstrang an den man damit anknüpft in gewisser weise ja also das zum kristall sehen wie gesagt ich persönlich bevorzuge die natursteine und dieses licht gerade kommt gerade ganz extrem die sonne rum so mache ich es persönlich es gibt auch leute die arbeiten mit den großen glaskugeln sieht natürlich immer sehr schön aus ist es sehr effektvoll aber zum schluss zählt ja nicht der effekt und auch nicht die größe der kugel wie manche leute denken sondern dass du innerlich für dich ergebnisse damit hast das ist das was wichtig ist ja okay das zu den kristallkugeln und im nächsten video geht es dann weiter